Und da mein Herzlich Willkommen, mein Name ist Janicke, schön dass du mit dabei bist bei Inquisitor Martyr und wir beginnen jetzt die Belagerung der Tyranniden. Ich hoffe das passt alles so ganz gut. Ein dahintreibendes Tyranniden-Bio-Schiff wurde durch die orbitalen Verteidigungsanlagen des Planeten zerstört, aber diese Teile sind in die Atmosphäre eingedrungen. Alle inquisitorischen Agenten in unmittelbarer Nähe werden angewiesen, sich sofort zu den Absturzstellen zu begeben, um den Befall einzudämmen. Befehle initiiert die Bioformen Reinigungsprotokolle. Was nichts anderes heißt als weg mit dem Abschauen. Na gut. Tyranniden also. Tyranniden unsere Supportence Herrin discourte nur, dass ihn nur Jet gostetisch für unverstanden ist, denn er hat sich nicht immer gut zu handeln. Damon hat sich bereits ein eingefallen, genau faktisch über uns zu verhindern. Ach, Protegedrücke und수 baut Okay, da sind wir. Äh, was? Ah, okay, wir haben wieder, wir haben wieder einen Besucher hier. Nice, haben wir gut gemacht. Sehr geil. Die Imperator! Another foul war banner trampled into the ground. Keep pushing, don't lose momentum. At your command! For the Emperor! So! We have my Nachschub. Nice! For the Emperor! Sehr geil! Sehr, sehr nice! I'm shot! Nice! Sehr geil! Okay! Was haben wir hier noch? John! Ich sagte John! Oh, 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 oh! Nice, sehr gut. Das haben wir gut gemacht. Nachschub. Okay, das kommt in 30 Sekunden an. War aber schon eine kleine beträchtliche Summe hier, ne? Nice. Hey ho, let's go. Geil finde ich auch, dass wir endlich mal mitschießen. Und dass es auch was bringt. Nachschub, komm schon. Okay. Okay. Gut. Die. 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 Oh, 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 oh. Another foul war banner trampled into the ground. Keep pushing. Don't lose momentum. Okay. Was ist das für ein Scheiß? Okay, 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 okay. Okay. Nice, Angriffsrüstung. Level up. Das hört man gerne. Oh, 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 oh. Komm weg mit dir. Weg mit dir. Los. Eieieiei. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Nice. Oh, 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 oh. Weg mit dir. Los. Komm schon. Ja, Mann. Richtig geil. Today is a good day. Today is a good day. Okay. Hi. Hi, der Witzker. Truhe. Ah, sehr schön. Gut. Verlassen. Haben wir die Mission auch geschafft. Sehr cool. Geil. Belohnung 1 Punkt. So, wir haben einen Fertigkeitspunkt. Fernkampf. Was haben wir denn da noch Schönes und Feines? Fernkampfsicherungen plus 3 Schadensbonus. Flüchtigerangriff. Das nehmen wir gerne. Gut. Was haben wir denn gerade so? Eieiei, da wäre wieder viel Zeug dabei, ne? So. Plasmakanone. Oh, guck mal. Den können wir gerne nehmen. Plus 1 Qualität. Neutrales Implantat. Naja, komm. Der Rest kommt weg. Was verkaufen wir? Okay. Da kann weg. Kann auch weg, das kann weg. Reinheitssiegel. Selten. Okay, Stufe 26 wäre das dann. Was haben wir hier noch? Angriffsrüstung. Na, da, da, da. Vergleichen wir mal. Na, komm. Das kann alles weg. Ui, warte mal. 310 Unterdrückung. Minus 1 und... Na, komm. Alles weg. Alles weg. Brauchen wir nicht. Nur das packen wir uns in die Truhe. Das packen wir uns in die Truhe. Warte mal, wo ist das da unten? Schön. So. Jagd auf die Mathe. L.T. Missionsübersicht. Spezielle Mission. Zufällige Mission. Sprechen mit Omikron über Jusas Taro. Alter, aber wo? Okay, mehr haben wir gar nicht. Ach Gott. As I've already explained, I must find the Martyr. And I think you can help me. Correct. I am a Grade 5 Techno-Archeologist, researching relics tied to the Martyr. And an Archivist of the Unverified Existence of Uther Tiberius. Did you help Klosterheim find the Martyr? We supplied the Inquisitor with the artifact allegedly crafted by Uther Tiberius. Codename, Uther's Tarot. It is a psychoactive set of cards. I can grant you access to my Scriptorium subroutines for more information. So, Klosterheim has this Uther's Tarot which led him to the Martyr. How will this help me? According to current research, Uther Tiberius gave sets of this Tarot to his Acolytes to enable communication through visions for the advancement of his Grand Plan. And if I had another set of these mysterious artifacts, I could contact Klosterheim and find the Martyr, right? Only one remaining set is known to exist. Location, Vault Zeta 11. Jurisdiction, Adeptus Mechanicus. Current status, Complete Lockdown. Reasons, Classified. Location coordinates are being exploded to your navigator as we speak. I'm going to investigate the place. You stay on my ship until then. Acknowledged. Triggering mind-cleansing sounds. Type 3, point 43. Standing by. Okay. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Gut. Datenterminal. Aktive Mission. Jagd auf die Martyr. Let's go. Die Adeptus Mechanicus-Sekte wurde von die wilde Bestie ausgemerzt. Aber ihre Geheimnisse sind noch immer in den Architektresor auf Tartatus IV. Ich bin auf dem Weg dorthin, um eine uralte Reliquie zu finden, die Jusas Taro heißt. Laut der Tech Priest Inquisitor, den wir befreit haben, hat Klosterheim die Martyr mit einem ähnlichen Artefakt gefunden. Okay. Ich bin da sehr gespannt. Der Architekt-Bunker. Der Architekt-Bunker. Gut. Dann schätze ich mal geht's gleich los. Okay. Okay. Dann wollen wir mal. Okay. Aber das sieht alles, das sieht irgendwie aus, als wären das alles Tech Priester gewesen. Richtig? Falsch? Ich weiß es nicht. Vielfach ist echt widerlich in diesem Schnodder hier. Okay. Was war das? Alter. Wie fies ist das? Alter, dann kommen davon irgendwelche Bomben zurück hier. Ei, ei, ei. Okay, das sieht halt schon wieder extremst geil aus. Mit diesen, mit diesen Engeln, die da oben dranhängen. Ich glaube, ich liebe es, ne? Okay. Chaos-Kultisten. Alter. Wer ist das? Wer ist das? Weiß für dich, brauchen wir hier nicht. So. Aber das nehme ich natürlich gerne mit. Oh, da haben wir. Was haben wir hier drin? Ein Trüchen. Sehr cool. Okay. Haben wir noch ein Großschwert. Können wir verkaufen. Ist hier noch irgendwas? Nein. Okay. Dann geht es hier weiter. So. Mal nachladen. 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 Komm, als ob ihr ne Chance hättet. So, haben wir das auch. Okay, was ist hier? Will ich's wissen? Ich will's eigentlich gar nicht wissen. Aber das sieht schon extrem geil aus. Das sieht schon sehr geil aus. Okay. Ich bin sehr gespannt. Let's go. So. Licht da rein. Ich will erstmal nach oben. Sehr cool. Okay, bevor wir ganz nach oben gehen, gehen wir nach links und nach rechts. Einfach nur vollständigkeitshalber, dass wir das alles fertig haben. Okay. 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 noch eine schrotplinte noch eine schrotplinte schon cool was haben wir hier? Nachschub. Gehen wir hier weiter. Keine Ahnung wo wir jetzt hier sind, waren wir hier schon? Hört sich auf jeden Fall so an. Okay, von hier sind wir anscheinend gekommen. Und quasi einmal am Pudding gelaufen. Auch nicht schlecht. Gut. Alter, guckt euch das an hier, ey. Die ganzen Leute, alle zerfetzt. Das ist schon hart bitter. Gut, dann geht es einmal hier rein. Was? Deaktiviert die Wachtürme? Jetzt habe ich echt wieder... Unponno. Und benutze wohl... gedrückt halten okay ich halte gedrückt weiter 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 weitermachen gucke mal an hier das ist ja geil warte die cagliari kredits möchte ich mitnehmen den haben wir ne gut dann gehen wir zum zweiten kann man das mitnehmen hier ok ok und 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 Nice, aber raus aus dem Gas. Okay, das haben wir noch gut hingekriegt. Und da ist das zweite Terminal. Okay, gedrückt halten um zu interagieren, das machen wir natürlich. So, Abmarsch. Super. Und weiter. Cool. Okay, dann zum Gate. Sehr cool. Machen wir. So. Ah, guck mal hier. Ach du Scheiße. Ja. 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 Alter. Das ist schon echt bitter. Da haben die in der Tat einfach rum experimentiert. Okay, ging schneller als ich dachte. Ja. Komm schon. Nice. Da haben die einfach rum experimentiert. Ich kann es manchmal nicht glauben. Okay. Geil. Haben wir auch. Sehr, sehr krass. Okay, das ist also Yusataro. Den haben sie ganz schön weggeschnetzelt. Meine Güte. Oh, ja, Adeptus. Ne, Quatsch. Ah, schon geil. Okay, let's go. Zurück zum Schiff. Neuer Hinweis. Warte mal, neuer Hinweis. Okay, 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 okay. Karriere-Sektor, Kajosorn. Das haben wir ja schon abgeschlossen. Der Feind im Untergrund. Jagd auf die Matheur. Okay, Datenterminal. Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Den möchte ich gerne ausgeben. Einzelzielschaden pro Sekunde. Dankeschön. So. Gut. Wir können jetzt hier mit Omikron Arc reden. Aber, meine Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Vorbeisein. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.